Willkommen zurück zu einem weiteren Part mit mir Glato86 und dem Spiel World of Final Fantasy. Wir sind letztens hier stehen geblieben und haben nicht erfahren was es hier auf dem Schiff gibt, also holen wir das jetzt nach. Ja wir gehen jetzt hier hin und gucken Wir schauen uns dort mal um, was wir da so finden. Also meine Befürchtung war die ganze Zeit Final Fantasy 12 wegen den Luftpiraten, aber anscheinend hat das damit nichts zu tun. Also sind wir weiterhin gespannt was passiert. Ich bin gespannt was passiert. Ich hoffe ihr auch. Piraten? Monkeys? Hä? Von wo kommen die denn? Na gut, das schaffen wir schon. Jetzt müssen wir gegen die kämpfen, oder was? Oh mein Gott, so viele Piraten-Kubos. Leute, wir sind nicht hier, um Spaß zu haben. Wir sind nicht hier, um Spaß zu haben. Die sind immer am albern, das finde ich so genial. Die sind immer am albern. Ja, was machen wir denn? Wir machen natürlich wie immer ein neues Monster-Monster, was wir nicht kennen. Kupirat, was ein cooler Name. Ähm, wir machen das natürlich analysieren. Damit wir wissen, was es empfinde hier und ähm, so Sachen halt. Es empfinde ich gegen Blitz und Wind. Okay. Gegen Blitz und Wind. Also was machen wir? Wir machen mal Aqua. Oh, wie süß. Ähm, ich glaube im Prinzip reicht es einfach drauf zu haben, weil wir, ich glaube weder Blitz haben noch, ähm, das andere. Also hauen wir uns unsere Keule. Mit unseren scharfen Krallen und Riesenkeule. Wachen wir da drauf. So, einmal eine Schlinge. Jawohl, das geht auf alle. Das ist toll. Kostet aber acht. Wir sind aber alle mit einem Schlag tot. Das ist toll. Das ist echt toll. Wir kriegen knapp 4000 Erfahrung. Geil. Ballonshalter, Phönix wieder vier Stück und Knete ganz viel. Stimmt, das sind die Piraten. Das heißt, die haben auch Geld. Hehehe. Die haben ganz viel Geld. Tja, wir haben sie besiegt. Du hast uns besiegt, Kubo. Skirby-Swap für Scham. Warte mal, Fahres? Ist er nicht aus Final Fantasy 2? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, ne? Der Mirage muss als eine Powerball gemacht werden. Wie leid haben Sie meine Crew in Form? Oh, Sie sind willkommen. Aber ich dachte, wir würden sie einfach aufbauen. Das ist, was Sie sagt. Stolz, Stolz. Was sind Sie, Comedians? Sehr schlecht. Wenn Sie das Brass haben, um die Piraten zu holen, dann wissen Sie, was danach kommt. So lange, Sie Kläuner. Kläuner? Woher? Kläuner? Warum ist Kläuner in der Welt? Warum denn Mehrzahl stimmt? Wir haben nur einen Kläuner. Und das ist natürlich... Hier, da... drin ist, ähm... ist kein Kläun. Yikes! Schau mal an den Größen dieser Mirage! Tama, es ist Zeit! Mach dich selbst groß! Huh? Ja, das ist, Herr! Kannst du das tun? Ja! Auf jeden Fall aus dem zweiten Teil, oder? Oder er, oder sie, keine Ahnung. Auf jeden Fall aus dem zweiten Teil. Wenn ich mich recht darüber war. So, und jetzt müssen wir das Teil erstmal besiegen. Wieder natürlich erstmal... Ähm... Analyse. Syltra-Stabel. Bestimmt super stark. 4.000 HP, oder? Oh, unbekannt. Gegen Frost ist es empfindlich. Kai? Zufällig haben wir Eis. Werfen ist auch Eis? Nee. Eis ist Eis. Was? War es gerade mal 100? Oh mein Gott. Ich hoffe, wir werden nicht sterben. Dein Ernst? Oh mein Gott, ich wollte schon sagen. Dann war das so gewollt. Auch nach unten. Dann waren wir so nur nach dem Fall. Aber sie... sind auch stark. Ich habe euch jetzt. Hübe Befall. Ich will dich aber nicht mehr zu spielen, Hübe und Seek mit Ende. Dein macht uns entschieden. Der Thane von Saronia? Warum ist er hier? Er hat uns hier geführt? Aaaaaah! W-What the? Out of the Hydra, und in die Krasapod! Was werden wir da tun? Sollst du das mach es wenigstens Crush? W-Aaah! Diesen richtigen Dysignen. Isn't faith great? W-Aaah! Jetzt wird es entstanden, viel kann Dinge passieren. Wurde ich nur, ob wir einiges anst قالen? Oder es war es... ... dass unsere Kugels nur verflammelt werden. Jetzt! Gianten von der Gäste. Diese Fragen sind für alle deine und meine zu antworten! Ich erwarte es besser als heute! 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 Du scoundrel! Find another ship to spill your bilge on! So this is how the dice have rolled! Wow! Hey! Clowns! Huh? Yes ma'am! Perhaps you'd care to explain? So, the Federation replaced Thane Taka with one of their soldiers? Actually, we're not too sure about that ourselves. But everything we've told you is true! Honest to the goodness! Well, believe me, I'd not put anything past those Federation dogs. But if they have monsters like that in power... Hey, um... Hmm? Captain Ferris, you wouldn't happen to know where they're headquartered. The Federation, I mean. Bahamut Citadel? No one knows a lick about that lass. It was worth a shot. Why? Was that your reason for trying to steal my ship? To go off on some wild goose chase? Uh... The whole idea was launch! You don't say. What? Me? Oh, I would never, ever... I mean, I don't even like ships! Not that there's anything wrong with your... Oh, please don't hurt me. Belay there, lad. Okay. You see, I might be able to help you gents on your way after all. If you are the giants from the hills, the ones the prophecy mentions, then I recall the same prophecy mentioning where you're supposed to go. Huh? You mean there's more to it? Ahoy, Mog! You've read the prophecy, haven't you? Aye! I have, Koopo! The prophecy says quite clearly that the giants from the hills would collect four keys, open up a pathway to the crystal tower, brave its dangers, and mount the very heavens, Koopo! Four keys, huh? Wait, the crystal... tower? Hmm. So, Mog, I don't suppose you know where the four keys might be? I'm afraid I know of only the first one, Koopo! It's one more than I do! Koopo! The first key is said to lie in a... Oh, it was the valley of fire, Koopo! Where's that? I can think of one place. The fire valleys in Babel. Down to the south of the low seas. There's those low seas again. Oh, man. Jawoll! Auf zum Meer! Okay, dieser Vogel schon wieder. Ich frage mich, was da für eine Rolle spielt. Und Schokolade hat neue Gegenstände im Angebot. Das ist gut. Können wir direkt mal gleich abchecken, wenn wir da hinkommen, was die so Neues für uns hat. Was über Tiefenmeer? Kapitel 9. Okay, so like, all we gotta do is cross the low seas and find that valley of fire. Well... I don't know. Are we really just gonna follow some random prophecy word for word? But... What other leads do we have? Fine. I guess we'll run with it. Huh? What? Captain Ferris, can you tell us how to get to the low seas? Hmm... Perhaps. But I'll not be lending you this ship. For one, she can't venture down sea, even if I were feeling generous. Ah. Wait. Ahoy! Mog! Is our guest still aboard? Guest, Kupo? You know who? Oi! The last and glasses. Oh! From the League, Kupo! She might be Kupo! I'll go look, Kupo! You need something? Quistis! Cool! Fun Fantasy VIII! Toll! Sorry to detain you. I thought we were done with our transaction. Oh, that is so nice to see you. Did you find some sort of problem with the cargo? No, the goods were sound. I have another quandary. If you hear me out. What's that? The generalist here has visited the cargo cargo. Who are they? The giants from the hills. In the flesh. What? Tada! Cut that out! Sorry about Lon. I guess we might be the giants from the prophecy. But honestly, we don't know. How funny. Very intriguing. So. They need a boat. And as I recall, you've got one. Well. If it's true about the Thane. That he's some kind of monstrous Bahamutian doppelganger. Then we don't owe him anything. Which means that the boat is up for grabs. Aye. Wait, up for grabs? What do you mean? Oh, uh. My group had some business to attend to in Saronia. So we presented the Thane with a boat. Some might call it a... A bribe. You don't need to wheel in the deal with a bunch of no good monsters like that? Yeah. You're not even listening. Yeah. So you're absolutely certain? You thought that they'd undergo a transformation? Aye. And then Sildra let him have it. Okay. Well, don't get me wrong. I can see that they're giants. But I can also see they've got some growing up today. Uh-huh. Do you think they'll survive the trip? Ha. One splash in the low seas can't stop the prophecy. Well, I guess you win. You can take the fast track down to the low seas. Oh, sweet. Thank you so much. Thank you. Although... That whispering wasn't very encouraging. Thank you, Jing. Die denkt so viel nach. Okay. Come see me when you're ready. I'll take you to the back. Okay. Okay. Alles klar. Wir bleiben am Leben. Und jetzt sind wir bereit. Ready to go? Jawoll. Okay. Right this way. Godspeed, gents. Thanks. Oh, right. Where are my manners? Sorry, we tried to rob you. We really didn't mean to cause you trouble. You can make it up to me. Perhaps. If you survive. Farewell. Huh? Come on. This place. 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 Wait. Where does that road go? It's the way back to town. I mean, isn't that how you got here? The other road is crawling with mirages. Nobody uses that one anymore. Dude! Oh, I so wish we knew about that coming in. Well, that figures. I thought something about these dogs smell fishy. But at least we found some good the mirages. No worries. The right? Yeah. No worries at all. Here she is. Oh my god. Cool. Just give me a sec. I set the helm to autopilot. So it will take you right to the low seas. Now get going. Before the Thane or the rest of the Federation catch on. You're just as nice as a peach. Thank you for everything. Bye now. Don't come back home. Huh? Well, at least it starts to warm up. Ah, yeah. The freeze is really nice. I can't believe they have this green boat. We really lucked the out this time. Dude, I know, right? You don't even have to steer it. I love the easy life. But Lon... Hmm? Aren't you just a little worried about what Ferris and Quista said? What did they say? Now that you mention it, they did kind of make it to sound like we weren't going to live out the day. Pretty much. I wonder why. Hmm. What's so bad about the low seas? We're just going south, right? You know, somewhere lower down on the map or something? What if they're called low because of all the low-lifes living the there? That could be it. Hey, uh, rain? Huh? Is it just me or is the river getting more wushy? You, you think so? Rain? All of a sudden... I'm suddenly... I'm suddenly... It's a very bad, sudden feeling. Yeah, me too. Bad feeling? About the what? Was für mieses Gefühl. Wegen der Strömung? Uh! Animiert. Cool. Wow, wow. Note to self. The low seas are not south. What the hogging hogs! They are literally straight down! Hawaii! We out of family! Wow! I love you! Ha ha ha! Crush 20 queen! I love you! Oh, dies Es ist immer genial! Und sogar schön animiert! Finde ich toll. Oh, das ist ein Regenbogen. Boah, das ist ja eine coole Stippe hier. Sieht ja richtig gut aus. Tama, bist du noch mit uns? Du hast niemals die bessere. Ist das nicht Final Fantasy IX? Ist das nicht die Gegend von Final Fantasy IX? Ich bin jetzt voll verwirrt. Aber wir schauen uns mal einfach um. Mal gucken, ob das so ist.